Hallo Freunde von Dr.Bott. Dr.Bott ist am Weiher Strand angelangt, das zweite Mal in diesem Jahr und hat die Möglichkeit auf Steinboot zu angeln. Das habe ich hiermit getan. Ja, ohne Erfolg leider, es sei mir nicht gegönnt. Ich habe Naturköder, sprich Sandaal, reingeworfen, zum Schluss noch mit Dummiewurm geangelt, mir den Arm wund gekurbelt, aber es sollte nicht sein. Gut, die Wetterbedingungen sind heute um einiges besser als am Steinboot Festival. Es wird ein laues Lüftchen. Ja, wahrscheinlich wird der eine wieder sagen, äh, wieder flaches Wasser und Äppel und Fängsnicks, mach ja alles sein. Ich war jedenfalls hier, es ist vormittags. Ja, was soll ich eben noch sagen? Ich habe es probiert. Des Weiteren kann ich nur sagen, diese Angelei finde ich sehr angenehm, obwohl sie eigentlich auf den Arm geht, aber, ja, man braucht nicht so die Zeug mitschleppen. Und das werde ich im September auch nochmal ausprobieren und da bin ich nämlich auch nochmal hier und dann wollen wir mal gucken, ob wir da nicht mal Platten ans Band klicken. Ich bin da guter Dinge. Oder ich stelle einfach mein altes Dreibein auf und, ja, hau die Brandungsgut rein. Schauen wir mal. Erstmal, alles Gute bis bald, euer Dr. Bott. Abo dalassen, Daumen hoch und Glocke aktivieren. Dankeschön.